Das kantabrische Gebirge ist ein Gebirgszug in Nordspanien. Es stellt die westliche Verlängerung der Pyrenäen dar und verläuft über 480 Kilometer durch die autonome Regionen Navarra, Baskenland, Kantabrien, Kastilien, Lyon, Asturien bis nach Galizien. Die höchsten Erhebungen des kantabrischen Gebirges befinden sich in der zentralen Gebirgskette Picos de Europa. Deren höchster Gipfel der Bektore des Airedo mit 2648 Meter ist. Das kantabrische Gebirge stellt eine Klimascheide zwischen der grünen, maritim geprägten Nordseite und der kontinentalen kastilischen Hochebene im Süden dar. Es begrenzt sowohl die Meseta als auch das obere Ebrobecken nach Norden hin. Sein Ostteil ist aus gefalteten mesozoischen Kreidekalkschichten aufgebaut, im Westen ist es ein altes Rumpfgebirge mit Karbonkern. Die industrielle Entwicklung der Regionen Asturien und des Baskenlandes im 19. Jahrhundert beruht auf den Vorkommen an Eisenetzkohle, Tschinkblei, Mangan und Kalisalz im kantabrischen Gebirge. In den letzten Jahrzehnten sind der Bergbau und die schwere Industrie ebenso wie in anderen europäischen Regionen stark zurückgegangen. Die Naturschutzgebiete des Gebirgssystems, der Nationalpark Picos de Europa und der Parque Natural de Somedo gehören zu den wenigen Rückzugsgebieten des europäischen Braunbären. Auch gibt es bedeutende Wolfs- und Geierpopulationen. In der Höhle Kueva de Miron bei Ramales de la Victoria wurde im Jahr 2010 der älteste Beleg für eine Beisetzung in der Epoche des Magdalenien auf der iberischen Halbinsel entdeckt. Die rund 18.700 Jahre alte, sogenannte Damaroyadi el Miron. 2.000.000drive 1.46.000 1.46.000 Vielen Dank.